Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal um eine ältere Geschichte kümmern. Und zwar habe ich noch ein paar Seefahrer-Doblonen übrig. Insgesamt auf die Charts verstreut, so 24.000, 25.000. Das sind doch einige. Hat den Hintergrund, dass ich in BFA sehr, sehr viele Insel-Expeditionen gelaufen bin. Den Großteil an Marken habe ich schon rausgehauen. Ich glaube, ich hatte mal über 100.000. Aber einige habe ich mir aufgehoben. Wie gesagt, so 24, 25.000 sind es noch. Und die möchte ich jetzt ausgeben, mir Kisten kaufen. Und in diesen Kisten kann halt alles Mögliche drin sein. Es können auch Mounts drin sein. Die habe ich natürlich selbstverständlich schon lange alle. Aber es gibt auch einen Haufen T-Mock-Gedönse, das mittlerweile wieder ein bisschen mehr Gold wert sein dürfte. Einige Pets, die jetzt vielleicht noch ein bisschen was wert sind. Aber auf jeden Fall wesentlich mehr als jetzt in BFA. Da war das Zeug ja teilweise echt verramscht, weil halt jeder Insel-Expeditionen gelaufen ist. Und da es mittlerweile so eineinhalb Jahre her ist, dürfen wir da vielleicht das eine oder andere in Gold rausziehen. Persönlich ehrlich gesagt mache ich das jetzt nicht unbedingt wegen dem Gold, sondern ich bin gerade ein bisschen am Rezepte sammeln. Und ich brauche ein bisschen Ruf bei den BFA-Fraktionen, unter anderem auch bei meinen Horden-Chars. Und da können halt auch Ruf-Tokens drin sein. Und ich möchte gerne die Ruf-Tokens haben. Nebenbei diese T-Mock-Sachen, wo manche wirklich 100k auch teilweise wert sind. Und ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück. Ich habe mir auch ein Addon runtergeladen, dass wir uns ein bisschen einfacher tracken können. Hier Loot Appraiser heißt das. Da kann man einfach sehen, was man so an Item-Value rauszieht. Das ist hier Region-Market-Value, also quasi der Durchschnitt von den EU-Reams. Und ja, klar, wir brauchen bei T-Mock nicht darüber reden, dass der Durchschnitt EU-Reams jetzt nicht unbedingt das heißt, dass ich morgen das Gold habe. Aber zumindest als so eine Referenzwert. Ich bin ja nicht so der T-Mock. Also ich verkaufe zwar T-Mock, aber ich bin jetzt nicht so einer, der das farmen würde extra, weil das halt sehr, sehr slow sellt und es eigentlich nicht wert ist von der Zeit her. Für mich persönlich zumindest. Aber dass ihr so einen Referenzwert habt, um einfach zu sehen, was wir da rausziehen. Gut, jetzt schauen wir mal. Also das ziehen wir jetzt mal irgendwo hin, wo es nicht stört. Ich habe extra, was bei mir nicht so oft ist, mein Inventar aufgeräumt. Seht ihr, ich habe einige Slots frei, dass wir das Zeug auch rausholen können. Und zwar mit dem Main habe ich noch über 11.500 Seefahrdublonen. Dann haben wir, auf dem zweiten Account, habe ich auf dem anderen Druid, mit dem war ich anscheinend auch ein paar Insel-Expeditionen, 7.900, also knappe 8.000. Und dann habe ich noch hier, auf Blackmore, mein Horden-Char, hat auch nochmal 5.100. Also zusammen so, ja, 24.500. Ich hätte, glaube ich, auf ein paar anderen Chars noch ein paar rumliegen. Also die 25k könnten wir voll machen, aber auf diese ganzen Chars dann umzuloggen, macht keinen Sinn meiner Meinung nach. Deswegen nehmen wir jetzt nur die, mit die einen Haufen Marken rumliegen haben. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Add-on ist gestartet. Und zwar haben wir jetzt hier, sowohl in Boralos als auch in Dazar-Lor, werde ich euch später mal im Hordenschar zeigen, einen Händler. Und da können wir Kisten kaufen. Soweit ich das jetzt noch weiß, wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, haben die irgendwie rotiert. Ich glaube, jeden Tag, nee, nicht jeden Tag, sondern ich glaube, jede Woche waren andere Kisten zur Verfügung gestanden. Und in den Kisten sind unterschiedliche Sachen drin. Denn das sind dann halt Items, die auf bestimmten Insel-Expeditionen droppen konnten und die variieren. Theoretisch lohnen sich manche Kisten mehr als andere, weil da halt die selteneren T-Mock-Sachen drin sind. Wir werden uns jetzt einfach irgendwelche kaufen, schauen. Ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig genau. Mir geht es, wie gesagt, mehr um die Roof-Tokens als um das Gold, weil theoretisch habe ich halt doch recht viel Gold. Aber mehr Gold ist nicht schlecht. Wir haben jetzt hier einmal den Beutel, der günstiger ist. Also einer ist immer ein bisschen günstiger. Und zwar Bergungsgut aus dem tiefgrünen Wildnis. Und da können, glaube ich, diese Flammendrid-Sachen drin sein. Und die waren relativ teuer. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt mal ein paar davon. Warte mal, wir schalten das mal um. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal 20 Stück davon. Das kostet 2400. Und dann können wir mal von allen ein bisschen was kaufen und dann schauen, was wo rauskommt. Okay. Also, da haben wir jetzt schon mal 12. Das lädt jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen nach. So, okay. Also, 20 haben wir uns gekauft. Jetzt schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Ziehen wir das mal. Ziehen wir das mal darüber. Also, erste Kiste. Ah, 39k. Das ist eins von den Drill-Teilen. Perfekt. Das stoppt er halt nicht mit. Hm. Gut. Funktioniert schon. Uh, der Stab ist halt auch nochmal 56k wert. Also, anscheinend funktioniert es mit dem Loot-Appraiser nicht. So, wie ich mir das vorgestellt habe. 30k. 25k. Also, wenn wir die Werte jetzt hier nehmen würden, ne? Wäre es halt richtig Asche. Uh, das Pad ist sogar auch nochmal. Ist sogar auch nochmal 5k wert. Muss ich das halt händisch zusammenzählen. Naja, das hat natürlich wunderbar funktioniert. Perfekt. Anscheinend aus so Beuteln zählt er das nicht mit. Alter, hier. 86.025k. Genau. Sagt er mir hier. Also, Server-Marktwert. 278k. Regional. 28. Ja. Ob du das natürlich für die Preise verkauft kriegst, ist so eine Sache. Ah, das ist jetzt das erste Ruf-Token. Aber das ist seiengebunden. Eigentlich sollten die Battle.net-Account gebunden sein, die Dinger. Dann haben wir hier noch einen Frosch. Ich glaube, ich kriege das komplette Set zusammen, dass ich das verkaufen kann. Hm. Ich glaube, die haben das geändert, ne? Dass du die nicht mehr rüberschicken kannst, so wie es aussieht. Schauen wir mal ein paar mehr hier noch auf. Ja, da scheint im Endeffekt nur das Druid-Set drin zu sein. Doch, hier ist ein Battle.net-Account gebunden. Der ruf Rossbolzen. Okay. Alter, das ist auch nochmal 100k wert. Also die Sachen, ne? Richtig teuer mittlerweile. Ah, seht ihr? Diese Sachen sind anscheinend Account- oder halt seiengebunden. Bloß die neuen Ruf-Tokens, die sind, so wie es aussieht, Account-gebunden. Also das hier brauche ich zum Beispiel von den Ankuanern. Das ist schade. Schade, dass ich die nicht weiterschicken kann. Okay, das können wir jetzt eigentlich zumachen, weil das läuft leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, wir können jetzt hier mal grob drüber gucken, ne? Also hier sind zum Beispiel der Kopf 100k, 10k, 80k, 100k. Also wenn wir das wahrscheinlich alles zusammenzählen würden, dann würden wir wahrscheinlich noch ein paar Millionen kommen. Aber das wird wahrscheinlich ewig dauern, das Zeug für den halbwegs einen Preis zu verkaufen. Ein paar Pets sind auch noch dabei. Weiß ich jetzt nicht, ob die großartig was wert sind. Das T-Mock habe ich an sich alle schon. Also ich glaube sogar, dass dieser Beutel, ähm, hier am meisten bringt, ne? Also der Bergungsgut der tiefgrünen Wildnis. Da war jetzt auch ziemlich viel Stuff drin, wie ihr seht. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich es zusammenrechne oder ob wir das einfach gut sein lassen. Also ihr seht ja, dass theoretisch wäre es einen Haufen Kohle wert. Jetzt machen wir mal die anderen auf. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier mal noch, ähm, uh, wisst ihr, was ich machen könnte? Ich könnte es mir einfach machen. Ich könnte einfach, äh, über TSM das ins AHA hauen und dann den Vorher- und Nachher-Preis vergleichen. Das ist doch, das ist doch clever, oder? Was ist mein da? Ähm, warte mal, ich lerne die Pets mal noch. Und dann packen wir die nochmal aus. Off, ich habe hier die Herrschaft der Pets. Ja, habe ich. Wenn man zwei Battle-Net-Accounts hat, ähm, vielleicht wisst ihr das nicht, äh, die zusammengelegt sind, dann hat immer einer die Herrschaft der Pets, wie ich es ich nenne, seht ihr? Hier sind die Pets jetzt gesperrt, weil ich kann immer, weil es dieselben Pets sind, nur mit einem Account quasi drauf zugreifen. Dann kannst du mit einem zweiten nichts mehr machen. Der, der als erstes einloggt, der hat, äh, die Herrschaft der Pets. Und dann musst du, wenn du mit einem anderen Account die Sachen rausnehmen willst, dann musst du immer mit dem einen ausloggen, mit dem anderen wieder einloggen. Das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Aber dafür kannst du die gleichen Pets nutzen und, ja, ganz praktisch. Auch theoretisch nebenbei mit einem zweiten Account Pet-Battle spielen und dann dementsprechend die hochleveln, wenn man mit einem anderen was anderes macht. Das war jetzt Hufchen, oder wie das heißt. Schauen wir mal, was das wert ist. 15 Gold. Ja, also, ne, ich hatte vorher im Stream schon ein bisschen die Diskussion, Pet-Battle-Viecher aus Insel-Expeditionen, die hast du halt damals so nachgeschmissen bekommen, die Viecher. Und das war mir schon fast klar. Ja, gut, das ist, es ist zu vernachlässigen. Also, das Zeug ist halt, ist halt fast nichts wert, ne. Wie hieß die Fledermaus jetzt? Äh, Leder-Schwinge, hier haben wir sie. Also, ich glaube, im Gegensatz zu den T-Mock-Sachen kannst du... Ja, 300 Gold. Schauen wir den Affen hier noch. Falscher irgendwas. Falscher 50er. Ja, okay. Raben haben wir noch. Schatten-Feder-Küken. Also, das Zeug ist für ein Sack, wenn wir ehrlich sind. So. Jetzt schaue ich einfach mal, was ich für ein Item-Value hab. Also, ich hab... Warte mal, ich schreib mir das mal auf, dann können wir das so ein bisschen mitdingsen. Dann ist vielleicht... Also, ich hab jetzt ein Item-Value von 12 Millionen, äh, 41.000 drin. Ich glaub, die hinter, ne, also die hunderter Stellen, das juckt eigentlich nicht. Wenn wir ehrlich sind, gehen wir nach Tausender. Und jetzt hauen wir mal den Stuff hier rein und dann sehen wir ja, was ist... Ach, okay, ich muss... Ich muss hier die Basisgruppe nehmen. Also, wir hauen uns jetzt halt einfach für die Marktpreise auf, ähm, Blackmore bin ich jetzt hier rein. Und dann sehen wir ja, was wir, was wir dann mehr haben. Ich schätze, es muss wahrscheinlich schon über eine Million sein. Klar, äh, dass das nicht die wirklichen Verkaufspreise sind, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Also, äh, wenn ich das jetzt hier reinhaue, da wird wahrscheinlich in einem Monat ein oder zwei Teile verkauft werden. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Also, das ist eine längere Geschichte. Aber dass wir zumindest so einen, so einen gewissen, ähm, Rahmen haben, wo wir jetzt liegen. Alles haut er mir wahrscheinlich gar nicht rein. Die Underpriced-Sachen, die werden wahrscheinlich bleiben. Ah, doch, haut er sogar alles rein. Okay, und jetzt schauen wir einfach, was jetzt die Differenz war. Ähm, 15 Millionen? Ach, du Scheiße. Okay, die Differenz ist, es sind drei Millionen halt einfach, ne. 15, 0, 9, 9. Also, das sind, äh, 3 Millionen 50.000 und ein paar zerquetschte sind das. 58.000, wenn ich mir jetzt nicht, ähm, also 3 Millionen 58.000 müsste die Differenz sein. Okay. Für 20 Pakete. Nicht schlecht. Ich würde behaupten, jetzt machen wir mal 20 von den anderen Dinger noch. Ich würde behaupten, dass wir bei den anderen wesentlich weniger drin haben, weil ich glaube, da kam ziemlicher Krempel raus aus den Dinger. Jetzt schauen wir einfach mal. Also theoretisch, wie gesagt, können da auch Mounts drin sein. Bloß wenn du die Mounts schon einmal gelernt hast, dann kannst du die nicht mehr kriegen, ne. Also dann kommen die nicht mehr raus. Und die Mounts droppen da sehr, sehr gut raus. Wo ich mich tatsächlich, also, ja, geärgert über mich selber, hab ich mich ein bisschen geärgert, weil ich, ähm, Schauen wir mal, was ist das Zeug, ach, ist auch so ein bisschen, ein bisschen was wert. Äh, weil ich über die ganze Expansion extrem diese Dings gefarmt hab, diese Mounts von den Insel-Expeditionen am Ende diese Kisten reingebracht haben und du da die einfach so easy schnell rausbekommen hast, die Sachen, und dass du viel machen musst. Und ich mir das ganze Gefahr mehr eigentlich hätte sparen können, aber naja, so ist das manchmal. So, jetzt machen wir die mal alle auf und schauen, was wir da raus haben. Ähm, da kriegen wir jetzt, das ist jetzt ein Stoffset, was da drin ist, ein bisschen Plattenstuff. Also, das ist schon auch was wert, ne, 11k, 2k, 10k, 5k, 15, manche, hier sogar 40k, 19, aber die, die anderen Sachen waren wesentlich mehr wert, so wie das aussieht. Also, das ist jetzt auch schon ein bisschen was, ne, aber das ist jetzt nicht in dem, ganz, das ist das andere Zeug, oder, was ist, okay, 250.000, der Bogen, wahrscheinlich. Wobei aber selbst der Region-Markt wert sind 78.000, ne. Eigentlich ist, ähm, ein voller Server wie Blackmore, äh, eigentlich sind die Preise immer relativ nah am Region, äh, Durchschnitt dran, ne. Auf kleinen Servern hast du halt große Ausschläge, weil dann teilweise die Items gar nicht drin sind. Also, das wird jetzt wahrscheinlich wesentlich weniger sein. Komm, das hauen wir jetzt auch mal rein. Und schauen mal, was wir da haben, aber, ja, gut, die Pads können ich dann halt noch lernen und auch mit reinhauen, ne. Warte mal, das, das können wir jetzt noch machen, dass wir die loswerden. Jetzt gelernt, Kretze, das haben wir einmal. So, ein paar Mal, ein paar Mal mehr noch. Wahrscheinlich, also ich vermute auch, dass diese Pads nichts wert sein werden. 400 Gold, okay. Hier ist das andere, was wir da noch haben. Hier ist auch noch so ein Viech, das ist das Allianz-Ding. Schade, dass die nicht Battle.net-Account gebunden sind, die Teile, ne. Das ärgert mich echt. Die hätte ich gut brauchen können, wenn ich ehrlich bin. Die hätte ich gut brauchen können. Schatten, Vieh, äh, achso, das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon, ne. Das war ja nix wert. Und, äh, das hier war... Kretz... 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 Achso, doch, das habe ich schon... Äh, ich bin vollidiot, das hatte ich ja schon ausgepackt, das Viech. Okay. Das hatten wir noch, ne. Äh, Sandpanzer? So, Dollar. Was ist das so wert? Naja, gut, das macht es auch nicht fett. Es ist 100 Gold wert. Da werden wahrscheinlich auch ewig viele Leute das Zeug drin haben, ne. Und ob du das dann sinnig verkauft kriegst, ist halt die Sache. So, ich mache mir nebenbei auf der Excel-Tabelle mal so ein kleines Ding, dass ich so ein bisschen sehe, wie viel wir, ähm, wofür dann bekommen haben für die 20 Kisten, um so einen kleinen Referenzwert zu haben. Aber ich glaube, hier, das dürfte wesentlich schlechter sein als das andere. Vielleicht kriegen wir hier eine Million knapp zusammen, wenn überhaupt, ne. Das Einzige, was halt viel ist, ist das eine für 250.000, das andere sind alles lowere Beträge. Vielleicht eher 6, 700k. Dann nehmen wir die dritten Kisten auch noch mit und gucken, was da so drin ist. Gut, ist es schon ein bisschen, äh, zu variieren, würde ich mal behaupten. Welche waren das? Ich glaube, die hätte ich gekauft, ne. Und das sind die letzten. Jetzt schauen wir erst mal rein, wie sich der Item-Value jetzt verändert hat. 16. Okay, das waren jetzt nicht ganz, also 900 und ein paar zerquetschte sind das quasi. Ein paar zerquetschte. Schauen wir mal, tun wir das mal ausrechnen. 16.06. Ja, 917k waren das. Gut, also die packen wir jetzt mal hier runter. Die Pads, wie gesagt, die fallen jetzt nicht so ins Gewicht. Kaufen wir hier nochmal 20 Kisten. Gut, 18. 20, okay. Jetzt schauen wir mal, was da so drin sein kann. 4K, 4K. Durch näste Seiten. Komm, machen wir mal ein paar mehr auf. Es gibt irgendwo so eine, so ein Riesenschwert, so ein Leuchten, das, was auch richtig Asche wert ist. Ich weiß nicht, ob das hier drin sein kann. Schaut jetzt eher noch mehr nach Plattengear aus. Ja, also ich glaube, die Druid-Kiste war tatsächlich besser. Hier sind diese Sachen, äh, 18, 6K, 10K. Krasse Waffe ist hier nicht drin, ne? Ein paar Pads habe ich noch. Also ich glaube, die Pads kannst du eh vergessen, ne? Wenn wir ehrlich sind. Da wird, glaube ich, keins was wert sein. Wie viele Marken habe ich denn jetzt eigentlich noch? Jetzt habe ich von allen 20 Kisten gekauft. Ich habe jetzt noch 2000. Okay. Dann klopfen wir jetzt das alles mal noch ins Aha. Ich glaube, die Pads, die verschmähe ich jetzt tatsächlich, weil die sind immer so 100 bis 600 Gold wert. Also da kommt halt auch nicht sonderlich viel rum. Hier ist halt kein High-Price-Item dabei, ne? Also wirklich so gar nichts. Ups, jetzt habe ich das so nicht zugemacht. Das wollte ich nicht. Ich glaube, dann auf den anderen Servern werde ich wahrscheinlich mehr von den Druid-Kisten. Eher kaufen, wenn ich das hier so sehe. Weil ich habe anscheinend, habe ich tatsächlich alle T-Mock-Sachen schon, ne? Gut, ich bin auch immer großartig im Auktionshaus unterwegs und habe mir immer alle Sachen rausgekauft. Und dementsprechend habe ich wahrscheinlich das meiste schon, beziehungsweise ich habe halt auch einige schon zusammengefarmt gehabt, als ich dementsprechend damals diese Inseln gefarmt habe. Okay, das war jetzt fast gar nichts. Jetzt sind wir von 16.016 auf 16.482 heißt, ein bisschen über 400k haben wir jetzt hier gemacht. Also es ist deutlich am schlechtesten. Warte mal, jetzt schreibe ich mir das auch noch auf. Also wir hatten 16.016 und jetzt haben wir 16.482. Dann haben wir jetzt da Plus gemacht. Fast nichts. Also ich habe es jetzt mal hier mit aufgeschrieben, ne? Das hatten wir am Start, das waren quasi die ersten Kisten, da haben wir 3.858.000, bei den zweiten 20 Kisten waren es 917 und bei den letzten waren es 466. Also an direkten, eingestellten Auktionshausen hier auf Blackmoor. Heißt, die tiefgrüne Wildnis, das sind definitiv, also mit weitem, weitem Abstand die allerbesten Kisten. Gut, dass die auch gerade günstiger zum Verkaufen sind. Jetzt würde ich sagen, tue ich die restlichen Kisten nochmal hier im Ausgeben. Kaufen wir das auch noch weg und dann muss ich mal gucken. Sonderlich viele Ruftokens habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekriegt. Dafür habe ich das ja eigentlich gemacht, ne? Also das war irgendwie ein bisschen eine Nullnummer, wenn wir ehrlich sind, aber gut, so ist das manchmal. Uh, was haben wir da für einen Stab? Uh, da ist nochmal 100k wert. Jetzt mal noch runter. Hier waren jetzt auch nochmal einige Pets dabei. Das Ding ist, da werde ich in nächster Zeit viel Freude haben, das ganze Zeug immer wieder einzustellen, ne? Naja, naja. So, jetzt hauen wir das noch rein und dann gucken wir mal, was wir overall dann an Plus gemacht haben. Also zumindest, ähm, Auktionshaus, äh, ne? Wert und Plus gemacht. Das eine Teil ist halt einfach 120k, ne? 122k. Also wenn ihr auch noch Seefahrer-Dublonen rumliegen habt, geht am besten auf diese grüne Wildniskiste, die scheint mit Abstand die beste sein. Ups, wir haben eine vergessen. Da haben wir nochmal einen Stab drin. Vor allem, da ist auch richtig viel Loot noch drin, ne? Alter, in der einen Küste waren einfach wieder 200k, ähm, Itemwert drin, ne? Krank. Einfach nur krank. So, wir sind jetzt am Ende, ähm, auf einem Itemwert von 18,000 Watt. Schauen wir mal, tun wir das jetzt hier mal noch eintragen. 12,41, 18,749. Dann haben wir... Haben wir jetzt auf Blackmore theoretisch einen Itemwert, ne? 6,6, fast 6,7 Millionen an theoretischem Wert. Aber wie gesagt, äh, das werden wir wahrscheinlich, äh, nicht umsetzen können. Und es wird eine ganze Weile dauern, dass man das Zeug verkauft kriegt, ne? Das sollte jedem klar sein. Also ich bin jetzt keiner von den Leuten, die behauptet, das ist das Gold, was ich rausziehen werde. Weil es wird wahrscheinlich ein Jahr dauern, bis das Zeug abverkauft ist, wenn nicht sogar länger. Und dann wird man einen Bruchteil davon ziehen. Gut, nichtsdestotrotz ist es halt easy Gold, wenn man die Marken eh noch rumliegen hat. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir auf den nächsten Server. Hier, ähm, bin ich jetzt auf Antonidas. Genau, da habe ich auch noch ein paar Dublonen rumliegen. Und zwar... Hier, 8.000 Marken haben wir da noch rumliegen. Und ich würde sagen, da kaufen wir ein bisschen was ein. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir kaufen, ähm, wir kaufen von den 10. Also ein bisschen Variation muss schon sein, ne? Dass wir ein paar wegkriegen von den 10. Und die restlichen kaufen wir hier max 37. Dann haben wir ein paar andere Items noch dabei. Und die meisten von denen hier. Und dann gucken wir mal, was wir da noch rausziehen können. Ähm, na gut, das wird jetzt wieder ein bisschen sich ziehen, bis das alles hier reingebastelt ist. Wisst ihr was? Bis das hier rüber ist, kann ich mal noch gucken. Ähm, Moment, wo haben wir es denn? Ah, nice! Seht ihr, ich habe noch prismatische Mana-Pan 2000 auf dem Char. Und zwar, also mein Ziel war es jetzt eigentlich, diese Dinger aus den Kisten rauszuziehen, ne? Diese Ruf-Tokens. Ich habe jetzt aus meinen 11.000 Marken genau zwei von diesen Ruf-Tokens rausgezogen. Also, nichts quasi. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, 11.000 Mark kriege ich arschviele Ruf-Tokens raus. Das war eine Nullnummer. Aber, diese Ruf-Tokens kann man sich auch mit Mana-Perlen kaufen. Und, ja. Das werden wir jetzt dann mit dem noch erledigen. Gut, aber das mache ich dann nachher. Jetzt machen wir erstmal die Kisten auf. So. Ähm. So, komm, jetzt machen wir hier mal alles auf. Oh, warte mal, das wird von deinem Platz gar nicht ausreichen, ne? Weil da kommt ja so ein Haufen Stuff raus. Äh, ja gut. Da müssen wir auf zweimal machen, würde ich sagen. Machen wir das mal so. Dass ich mir wieder merke, was ich an Item-Wert drin habe. Mit dem Cha verkau... Ja, gut. Das war vorhin nicht alles wegklicken. Mit dem habe ich auch ein paar T-Mock-Sachen. Okay, ich habe einen Item-Wert mit dem im Auktionshaus von 19.000. Äh, also so gut wie gar nichts. Ich glaube, das ganze Zeug, was ich eigentlich mit dem am T-Mock verkaufe, weil ich faul bin, ist im Postkasten, oder? Äh, ja. Aber das holen wir jetzt mal nicht raus. Das mache ich irgendwann anders. Hust, hust. So, jetzt hauen wir das mal alles rein. Schauen wir, was wir da... Also ihr seht hier, die Sachen sind auch viel wert, ne? Der Stab ist hier 180k wert. Das Setzeug... Hier 118. Ich habe jetzt die meisten von denen noch gar nicht aufgemacht. Das sind halt jetzt die anderen Kisten zum Großteil noch. Jetzt hauen wir das rein, dann machen wir die anderen Kisten nur auf. Und dann, ähm... Dann gucken wir mal, was da noch so alles drin ist. Aber du siehst schon relativ klar getrennt, ne? Dieses Druid-Set ist halt in der tiefgrünen Wildnis drin. Dieses Stoff-Set war in der anderen Kiste drin. Dann hast du ein bisschen Plattenzeug. Also das ist schon relativ stark getrennt. Und dann hast du halt auch bestimmte Waffen, die in den Kisten drin sind. Man kann sich bestimmt auch, wer hat den kompletten Loot-Pool angucken, wo was drin sein kann. Aber das ist halt dann aufwendig, ne? Und, ähm... So wichtig war es mir jetzt tatsächlich da auch nicht. Was halt wie gesagt schade ist, dass diese Tokens, ne? Das sind für die anderen BFA-Fraktionen, dass die nicht Battle.net-Account gebunden sind. Also ich verstehe es halt nicht, ne? Die sind Battle.net-Account gebunden, die anderen nicht. Also es macht irgendwie für mich keinen Sinn, warum das so ist. Aber gut. Da kann man jetzt halt leider auch nichts ändern. Denn ich brauche nicht nur quasi die Ankuana-Fraktion oder das Horden-Pandor der Ankuana-Fraktion, sondern ich brauche die normalen Ruffraktionsdinger. Denn ich bin gerade am Farmen für meinen Inschriftenkundler auf Hordenseite. Und da gibt es ja immer diese Verträge, ne? Da gibt es halt verschiedene Ränge. Und du musst halt immer bestimmten Ruf erreichen bei den Fraktionen, um diese Verträge kaufen zu können. Und dann dachte ich mir, komm, ich bin schlau. Ich könnte natürlich jetzt die Paragon, äh, die Abgesandten-Quest-Farmen oder, ja genau, Abgesandten sind es. Oder, und, äh, ich farme halt hier die Tokens, ne? Über die, ähm, Abzeichen. Aber das war ja jetzt anscheinend eine Nullnummer. Aber gut, zumindest habe ich auf dem Main noch genug, ähm, Mana-Perlen. Das müsste dann eigentlich auch ausreinen. So, jetzt haben wir hier einen ganzen Arsch voll Pads und auch rumliegen. Ähm, naja. Wisst ihr was? Ich lerne die jetzt. Aber ich packe die nicht alle aus, weil, äh, das dauert dann ewig. Und die sind, wir haben ja geguckt, die sind eh fast nichts wert, ne? Also ihr könnt mich ja gerne in den Kommentaren berichtigen, wenn ihr sagt, nein, du hast das eine Pad gelernt, das war 5 Milliarden Gold wert. Bezweifle ich zwar ehrlich gesagt, aber, äh, ne? Dass wir sie halt hier ein bisschen aus dem Moment haben. Gut, ich hab, wir hatten ja aufgeschrieben, 19.000 hatten wir am Anfang, haben wir uns alles reingehauen. Was sagt unser Item-Value? 7 Millionen, 7,2 sagt unser Item-Value. Warte, das tragen wir jetzt mal ein. Ähm, 7,2,6,7. Hey, ich hab jetzt mit weniger Marken hier mehr Gold gemacht. Krass, was hat denn hier so reingehauen? Ah, schau mal, die Schultern sind alle... Okay, die Hose ist halt einfach hier bei 400.000 Gold. ja, also mich würde stark wundern, wenn sich das schnell verkauft, ne, wenn ich das für die Hälfte oder für ein Drittel verkaufe, dann ist schon gut Gold gemacht, ja, das sind halt Sachen ne, aber da seht ihr wie überteuert das Zeug teilweise ist, äh, weil das halt keiner mehr farmt, ne, da gehen halt die Preise hoch gibt es halt doch noch den einen oder anderen, der das haben will ähm, jetzt schicke ich mal diese eine Rooftoken, was ich hier rausgekriegt hab, also ich muss ehrlich sagen, das Verhältnis von Rooftoken zu ähm, zu Tmok ist halt ziemlich blöd, ehrlich gesagt Centus da ist der Char, glaube ich ach, Dreck, ich kann das Rooftoken nur verschicken, wenn ich eher für die bei der Fraktion bin ja gut, nevermind, das Rooftoken ist jetzt auch RIP dann einer hat es irgendwie nicht verkauft anscheinend, weil das Underpriced ist, nur für 1000 Gold drin ja, demnächst muss ich mal diese ganzen Pads dann noch einpacken, wenn ich die anderen äh, wieder in den Käfig gepackt hab, dass ich wieder Platz hab, egal, jetzt locken wir weiter, und zwar hab ich jetzt noch einen Char auf Blackmore und zwar hatte ich auch während BFA-Zeiten eine Zeit lang auf der Hornseite gespielt die ersten zwei Patches und hab da dementsprechend ähm, dann einen Drillt auf Blackmore gehabt, ich bin jetzt auch mit dem Alicja wieder auf Blackmore irgendwie ist alles so ein äh, äh, so ein hier, wie nennt sich das ein Kreislauf auf Deutsch Zyklus, das wollte ich sagen genau, den brauchen wir mit dem hab ich auch nochmal, glaub ich wie 5, 5K Marken oder so die können wir auch noch raushauen haben wir auf drei Servern dann so ein bisschen T-Mock im Aktionshaus ne, auf zwei gut, das ist ja derselbe, ne wie auf dem Ding ja gut, werden wir schauen kriegen wir schon irgendwie verkauft so, dolla ich kann euch meine Tabelle zwischenzeitlich mal zeigen also wir haben jetzt auf Blackmore, warte mal, da können wir noch Antonidas reinschreiben Antonidas also da, ne, das war das was ich vorher zusammen berechnet hab das können wir jetzt eigentlich löschen das war für die verschiedenen Kisten haben wir jetzt, äh, 6,6 fast 6,7 auf Anto, 7,2 im Auktionshauswert und jetzt schauen wir halt das ist ja, na gut, das ist nochmal so klein in der Schrift Blackmore oh, der keine Ahnung da können wir jetzt dann auch nochmal ein bisschen was reinpfeffern jetzt kann ich mich quasi selber unterbieten ach so, ich wollte auch noch die Roof Tokens hier kaufen hier ich glaube, ich hatte mir ausgerechnet ich brauche 84 Roof Tokens ein paar hatte ich jetzt schon rüber geschickt ich meine wo waren es denn hier irgendwo konnte man die kaufen ups, habe ich eine Quest angenommen ne, das ist der falsche Händler hier waren sie, seht ihr dann kamen wir für 20 von den Dingern wie viel brauche ich denn ich glaube ich glaube, 70 oder so müssten reichen ich habe vorhin schon mal 10, 15 rüber geschickt ich denke mal, das müsste reichen dann komme ich auf respektvoll dann kann ich mir nämlich ähm die den Vertrag kaufen, den ich haben will da müssten wir eigentlich hinkommen naja, mit dem haben wir auch nochmal andere Sachen die ich reposten muss aber das wollen wir jetzt nicht machen Centus Ere, da, da haben wir ihn gut, dass ich nur Mana Perlen habe theoretisch könnte ich mit den Mana Perlen auch Gold machen denn du kannst dir ein Pet kaufen da und dieses Pet kannst du im Auktionshaus verkaufen das können wir jetzt theoretisch falls euch das interessiert auch mal gucken äh, da gibt es verschiedene Pets hier gibt es das eine kostet schon gab es da nicht noch irgendeins das günstiger war oder irre ich mich da hier, genau es gab eins für 40 Gold äh, 40 von den Dingern mal was das wert ist so richtig kann man sich das teure auch holen glänzender äh scheiße okay ich hab mich falsch erinnert anscheinend kannst du das nicht in den Käfig packen kannst du das andere in den Käfig packen wait da warnt irgendwas jetzt gucken wir mal ob man das in den Käfig packen kann wahrscheinlich waste ich jetzt meine ganzen Mana Perlen ich sag's euch was ist denn das andere Pet Perl Perlmutt irgendwas hier ah, schau mal das kannst du in den Käfig packen aber 150 ist schon einiges das ist 2000 Gold wert dafür hab ich jetzt 150 Mana Perlen gewastet okay, also falls ihr Mana Perlen habt tut's nicht das ist ein absoluter Waste das ist wirklich ein absoluter Waste keine Ahnung tatsächlich 2000 für 150 Mana Perlen für die Seefahrerdubloden gibst du ein paar Auskriegs ja, das ist vielfache gut, also jetzt haben wir hier noch den Horden-Char da sind wir jetzt in hier Zuldasar beziehungsweise Dazar-Lor auch unten bei dem Anmelder-Dude und hier können wir einmal auch diese Sachen kaufen jetzt muss ich bloß mal gucken dass ich hier das alles ein bisschen zusammenschiebe gut, könnte sein dass ich vielleicht bei dem das Inventar nicht so gut aufgeräumt hab wie wir es hätten machen können ähm, was machen wir denn jetzt am besten ich würd sagen wir holen uns jetzt hier mal 30 von den Kisten und dann von den anderen wenn ich da 10 kaufe gar nicht mehr äh, dann kaufen wir halt da 10 und bei dem anderen den Rest oder so I don't know Max können wir nur 6 kaufen haben wir auch einen Ticken Variationen drin also wahrscheinlich vom reinen Item wert wären, ne die blauen Kisten am besten gewesen die sind auch tatsächlich am günstigsten, ne hä, wo sind jetzt die anderen? bin ich jetzt blöd? wait, hab ich mir jetzt zweimal ah fuck, ich hab mich verklickt die kann ich nicht mehr zurückgeben, oder? ah doch, die kann ich zurückgeben interesting ich hab zweimal die letzten Kisten irgendwie gekauft warum auch immer so, warte, die geben wir zurück die hier will ich eigentlich haben machen wir da nochmal Max die haben wir von beiden 8 das passt sogar besser Juti dann schauen wir mal was wir da noch so rausziehen ah, da hätten wir auch nochmal so einen Ruf-Token muss ich wahrscheinlich auch zweimal verkaufen so das Ding ist er haut mir jetzt halt auch hier das Monolith-Erz rein und ich hab noch ein bisschen Stoff aber ehrlich also das verfälscht jetzt so ein bisschen die Geschichte aber das was ich jetzt hier noch an Mats rumliegen hab lass es 3.000, 4.000 Gold wert sein, ne wenn überhaupt also das sind jetzt das sind jetzt nicht die Riesensummen tatsächlich oh, ich hab hier gar kein Makro rausgezogen seh ich grad also ich muss das jetzt manuell klicken oder warte mal ich hab doch hier irgendwo bestimmt mein ähm mein Auktionshaus-Makro TSM na, nehmen wir das mal sieht gut aus ok, das ist das falsche TSM-Makro mhm gut, mit dem Char verkaufe ich halt sonst nix ne ein TS-Makro das ist wahrscheinlich so ein uraltes Gilden-TS, ne komm, wir klicken das einfach scheiß drauf ich weiß jetzt nicht wo ich hier das Makro hab so viele Sachen sind's ja auch nicht normalerweise hab ich halt ein TSM-Makro einfach auf eine Taste gebeint da musst du nicht immer alles manuell klicken was wesentlich angenehmer ist bevor ich jetzt da ewig suche ja, schau mal die Steine sind drei Gold wert oder so wahrscheinlich sind's nicht mal tausend Gold was das Zeug wert ist was ich jetzt hier noch extra im Momental liegen hatte oh, was ist das für ein Stab ok, da ist einfach gar nichts wert ich dachte so kurz oh, da ist das große Gold, ne äh ich glaub, wir haben alle Dinger geöffnet wisst ihr, was richtig schön wird in nächster Zeit kann ich dann halt jetzt mal hier diese ganzen Pets alle wieder in den Käfig packen und in den Sahar packen das wird meinen Postkasten ganz schön verstopfen das seh ich jetzt schon kommen also der Stab ist hier auch ganz gut was wert was denn hier ach, das ist der Bogen ne, den hab ich mit einem anderen Schar ja auch rausgezogen also so ne große Variation an Items ist es tatsächlich gar nicht die man hier drin hat na, ich denk mal so nappe 2 Millionen könnten es auch nochmal gewesen sein was ich jetzt hier rein hab also ich hatte davor gar nichts im Auktionshaus weil ihr euch jetzt wundert heu, ihr habt jetzt vorher nicht das Ding gecheckt mit dem hab ich nichts verkauft was, 4 Millionen? krass gehört euch ein bisschen verschätzt na gut, die Köpfe sind halt allein Haufen wert, ne warte, wir können mal gucken was das, was viel wert ist na gut, ich hab halt einfach viermal die Hose rausgezogen die schon mal 300k drin ist ordentlich ähm, wird gerade geschrieben ich dachte in den Kisten können Mounts droppen aber anscheinend nicht doch die Mounts droppen sehr gut aber ich hab am Eingangsjahr schon erwähnt gehabt wenn du die Mounts schon hast und ich hab alle Mounts schon dann können die nicht mehr droppen dann kommen die einfach nicht mehr raus aber prinzipiell ähm, droppen da die Mounts raus das ist richtig die kommen auch ziemlich gut also wenn du da Kisten aufmachst die erste, zweite Kiste ich hab glaube ich damals ähm, auf dem PTR die Kisten aufgemacht und 20 Kisten aufgemacht und ich hatte glaube ich 16 Mounts oder so wenn du die nicht lernst dann kommen die weiter raus aber sobald du sie lernst kommen sie nicht mehr raus die Dinge dann ähm, ist Feierabend so jetzt schauen wir mal mal kurz meine Formel hier in der Excel-Tabelle abändern und dann schauen wir mal was wir insgesamt gemacht haben also das sind jetzt die Sachen eigentlich könnte ich es mal ein bisschen größer machen das ist jetzt ein bisschen improvisiert hier alles ähm ich hab jetzt auf Blackmore auf dem Ali-Char 6,6 irgendwas Millionen gemacht auf Antoninos 7,2 und auf dem Horden Blackmore-Char 4,3 ne also theoretisch ein Item-Value wären es 18 Millionen aber ne nochmal ob man das verkauft und für den Preis ist die Sache wahrscheinlich nicht aber ist auf jeden Fall ganz nett also falls ihr auch noch Sefa-Dublonen rumliegen habt dann könnt ihr so wie ich euer Inventar zumüllen mit dem Shit und dann dementsprechend versuchen das ein oder andere Thema zu verkaufen scheinen ja jetzt nicht mehr ganz so viele Sachen im Umlauf zu sein und dementsprechend kann man da vielleicht das ein oder andere Gold mit erwirtschaften ich hab auch grad gesehen mich hat hier jemand angeschrieben auf meinem Main-Char dass er sich das Druidenset abkaufen wollen würde na gut können wir nach vielleicht nochmal gucken gut das war's eigentlich mit dem kleinen Opening-Video hat mich auf jeden Fall gefreut dass ihr dabei wart schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und ja dann sehen wir uns im nächsten Video wieder euer Tila bis dann ciao aus aus Vielen Dank.